Wir richten jetzt die Paramethode in deinem Notizmanager ein, also zum Beispiel in Evernote, in Notion oder in Microsoft OneNote. Ich benutze dafür heute exemplarisch Evernote, aber keine Sorge, du kannst das Prinzip auf jeden anderen Notizmanager, den du benutzt, einfach übertragen. Und ansonsten, wenn Fragen offen sind, stell sie mir gerne in den Kommentaren. Los geht's. Also, ich bin hier in Evernote angekommen und habe hier in meiner Inbox eine Handvoll Notizen, die wollen wir gleich gemeinsam aufräumen, während ich hier in den Notizbüchern schon ein paar Stapel habe. Bitte ignoriere diese Stapel fürs Erste und ich habe ein paar Aufgaben, Entschuldigung, ein paar Notizbücher hier schon angelegt. Wenn ich mir jetzt die bestehenden Notizbücher anschaue, dann gibt es hier das Notizbuch Pinterest Promotion und dieses Notizbuch gehört eigentlich zu einem Projekt. Das heißt, irgendwann ist die Pinterest Promotion vorbei, dann brauche ich das erstmal nicht mehr, dann kann das wegarchiviert oder sogar gelöscht werden. Weil es aber ein Projekt ist, ist das das erste Notizbuch, was in den Projekte Stapel gehört. Und das ist jetzt eine Evernote Spezialität. Dort gibt es Notizbücher und Notizbuch Stapel. Und man kann einen Notizbuch Stapel erst dann anlegen, wenn man mindestens ein Notizbuch hat, was da rein soll. Das heißt, wenn du noch keine Notizen hast, die zum Beispiel in die Ressourcen kommen, dann kannst du den Ressourcen Stapel noch nicht anlegen. Aber ich habe jetzt hier ein Notizbuch, das heißt, ich kann den Stapel jetzt anlegen und das geht wie folgt. Du machst einen Rechtsklick auf das Projekt und sagst zu Stapel hinzufügen. Du könntest jetzt einen neuen Stapel anlegen. Da würde ich jetzt also dann eins Projekte eintippen. Oder bei mir gibt es den Stapel schon. Das heißt, ich klicke jetzt auf Projekte. Schon ist es hier Top Level verschwunden. Und wenn ich jetzt hier die Projekte aufklappe, dann ist die Pinterest Promotion also hier tatsächlich bei den Projekten erschienen. Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt. Der große Vorteil, dass man alle Projekte nicht unter den Lebensbereichen einsortiert, sondern in einen eigenen Top Level Projekteordner ist, dass du immer alle Projekte auf einen Blick hast. Das ist sowohl für dein wöchentliches Review von unschätzbarem Vorteil, als auch generell ist es immer, immer, immer gut, eine Projektliste zu haben. Darüber habe ich im Podcast schon häufig gesprochen, warum eine Projektliste so wertvoll ist. Und hier hast du sie eben automatisch mit eingebaut. Ja, analog können wir jetzt mal durch die anderen Dinge gehen. Also den Podcast, den ich ja jede Woche mache, das ist eine Rolle von mir. Das heißt, das würde ich jetzt zum Stapel Areas hinzufügen oder Bereiche oder Rollen, je nachdem, wie du es nennen willst. Wenn du in den Videos aufgepasst hast, dann siehst du, dass ich manchmal Bereiche, manchmal Rolle, manchmal Area sage. Das ist ein bisschen nach Geschmack. Bis jetzt hat es mich noch nicht verwirrt, deswegen habe ich es auch noch nicht geändert. Kommen wir noch zum Ordner Selbstmanagement. In dem sammle ich alle möglichen Artikel oder Informationen rund um das Thema Selbstmanagement. Es sind jetzt nur 51 Stück. Das liegt daran, dass ich zusätzlich noch einen Zettelkasten für Produktivität habe. Was ein Zettelkasten ist, das erkläre ich dir aber in einem anderen Video. Ja, Alter, Selbstmanagement ist jetzt also keine Rolle von mir. Es ist auch nicht wirklich ein Projekt, sondern es ist einfach ein Thema, das mich interessiert. Und weil es ein Thema ist, das mich interessiert, kommt es in die Ressourcen. Denn das ist die Definition der Ressource. Ein Thema, das dich interessiert, von dem es aber aktuell kein Projekt gibt. Und wenn ich jetzt hier in meine Ressourcen reinschaue, dann siehst du, welche Themen mich so alles interessieren. Also, ich als Mensch, ich mit meinen Hobbys, bin quasi über diesen Ressourcenordner definiert. Ja, zum Schluss gibt es noch einen Archivordner. Über den gucken wir auch nochmal in einem eigenen Video, was der denn so genau tut. Jetzt noch einen Tipp für Projekte. Ich habe hier in der Inbox ja noch uneinsortierte Notizen. Jetzt gehört das hier zu einem Projekt, das ich demnächst machen werde. Bedeutet, es bräuchte jetzt also hier einen Lebensort unter Projekte. Deshalb muss es in ein neues Notizbuch geschoben werden. Ich gehe jetzt also hier auf Verschieben. Und, ah, okay, ich sehe, es gibt hier dieses Notizbuch noch gar nicht. Also muss ich es jetzt erst mal anlegen. Okay, das heißt, ich klicke hier auf Plus, lege das Notizbuch an, nenne es mal Lex Session Inbox Zero. Dieses Notizbuch wird jetzt erst mal Top Level angelegt. Ich muss es jetzt also noch in den Stapel verschieben, Projekte. Und jetzt kommt dieses Thema hier also in den Lex Session Inbox Zero. Fertig. Gut. Eine einzige Notiz in diesem Notizbuch. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen wie ein Overkill aus. Und vielleicht hast du auch Sorge, dass es ja in Evernote ein Limit für Notizbücher gibt. Aber keine Sorge, wenn du das irgendwann ins Archiv schiebst, weil das Projekt erledigt ist, dann könntest du das Notizbuch theoretisch auch auflösen und es aufgelöst ins Archiv schieben. Aber das schauen wir uns dann an, wenn wir über das Archiv separat sprechen. Und jetzt noch ein Bonustipp, wie du Dateien und Notizen besser vereinen kannst. Ich habe hier eine Datei, eine PNG-Datei in meinen Dateien. Und die ist momentan in den Notizen nicht repräsentiert. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mir einmal die URL dieser Datei kopieren. Kann jetzt zu Evernote gehen. Kann hier eine Notiz anlegen und kann zum Beispiel sagen, Promo-Bild. Moment. Tippfehler korrigieren. Promo-Bild für Lex. Und kann den Link hier einfügen. So, jetzt gibt es in Evernote eine ganz gute Google Drive-Integration. Das heißt, ich könnte das hier auch direkt über Google Drive machen. Könnte dann hier die Datei raussuchen. Er hat sie jetzt hier schon direkt gefunden. Und kann sie darüber schön formatiert einfügen. Sieht also ein bisschen schöner aus als der Link da oben. Wenn ich jetzt aber mit zum Beispiel Microsoft OneNote arbeiten würde und ich hätte so eine Google Drive-Integration nicht, dann würde ich eben den Link einfügen. Welchen Vorteil hat es denn jetzt, das Ganze auch in den Notizen wiederzugeben? Ich habe eben wieder alles an einer Stelle. Das heißt, ich kann hier drin, in dem Notizbuch habe ich alles, was ich brauche. Also sowohl den E-Mail-Verlauf, der dazu wichtig ist, beziehungsweise eine Übersichtsnotiz, als auch das Promo-Bild. Und bei diesem Promo-Bild könnte ich jetzt zusätzlich noch Kommentare hinzufügen, wie zum Beispiel, wurde dann und dann von XYZ erstellt. Und was noch zu tun ist, Doppelpunkt. Und dann kann ich mir hier eben meine Notizen, meine Gedanken zu dieser Datei machen, ablegen und so weiter. Bitte beachte, von allen Dingen, die wir eingerichtet haben, Taskmanager, Dateien, Notizen. Die Notizen leben für gewöhnlich am längsten. In den Notizen wird langfristig gearbeitet. Und ein großer Vorteil von Para ist es, dass wir die Notizen so ablegen, dass wir danach einen Benefit haben. Wir wollen nicht nur Notizen sammeln. Wir wollen aus den Notizen auch etwas machen. Wir wollen, dass die lebendig sind, dass die leben, dass die sich weiterentwickeln. Mehr dazu in den weiteren Folgen. Für den Moment können wir den Setup-Guide aber erstmal abschließen. Deine Bereiche sind eingerichtet. Und in den folgenden Videos dieser Playlist können wir uns jetzt anschauen, wie du mit dieser Struktur super gut arbeiten kannst. Vielen Dank. Vielen Dank.